Okay, Freunde, wir haben kein Bronze gewonnen, aber wir wollen einmal applaudieren und Props geben dieser Mannschaft hier für die letzten drei Jahre. Denn Europameisterschaftsbronze, Weltmeisterschaftsgold und jetzt die beste Platzierung bei den Olympischen Spielen ever. Hätten wir gerne das Bronze-Medaillengame gewonnen? Natürlich. Waren die Serben einfach das bessere Team heute? Leider ja. Ja, hätten wir sehr, sehr gerne auch das Finale gespielt und auf dem Weg im Halbfinale gerne die Franzosen geschlagen und könnten wir die normalerweise auch schlagen? Ja, aber trotzdem bei aller Enttäuschung gerade und mir geht es genauso. Ich bin fucked up des Todes, wirklich. Dieses Spiel gerade hat mir alles genommen und ich war so sauer auf bestimmte Situationen. Aber ich habe mir jetzt gedacht, wenn ich mich hierher setze, lass mich nicht mit dieser ganzen Wut und Enttäuschung reinkommen, sondern lass wirklich festhalten, was diese Jungs hier, ein, zwei wurden ausgewechselt über den Verlauf von drei Jahren. Aber lass uns einfach appreciaten, wertschätzen, was diese Jungs hier für den deutschen Basketball getan haben. Ich kann das nicht oft genug sagen, mein absoluter, das, was mich am meisten nervt immer in der Basketballberichterstattung, ist immer dieses Wording von, wie können wir den Basketball größer machen. Weil mein Ding ist immer einfach zwei Sachen und das ist so logisch. Nummer eins, deutscher Basketball muss erfolgreich sein, weil dann gucken auch die Leute hin. Das haben wir doch jetzt die letzten drei Jahre perfekt gesehen, wie dann plötzlich, egal, machen wir später, bei der Europameisterschaft plötzlich werden Spiele auf ARD übertragen, bei der Weltmeisterschaft wurden Spiele übertragen im landesweiten Fernsehen. Jetzt bei diesen Olympischen Spielen hatte ich das Gefühl, so viele Leute gucken mehr Basketball. Also die Mannschaft muss gewinnen und B, es müssen Leute drüber reden. Und ich finde, das liegt dann einfach an uns, nachdem wir jetzt alle nicht in dieser Mannschaft unbedingt spielen, dass wir das halt größer machen, indem wir entweder uns eine Plattform kreieren oder indem wir halt mit unseren Freunden, mit unseren Familien darüber reden und die so ein bisschen hypen auf das ganze Thema. Aber diese Jungs hier haben meiner Meinung nach alles richtig gemacht die letzten paar Jahre. Deswegen auf jeden Fall eine, ja, Loki, eine Standing Ovation einmal. Muss man schon sagen, das ist eine herausragende Leistung, die die Jungs da gezeigt haben die letzten paar Jahre. Und es geht ja weiter, das ist ja das Schöne. Wir haben die nächsten Europameisterschaften, wir haben die nächsten Weltmeisterschaften. Olympia dauert natürlich vier Jahre. Wir sind jetzt ausgeschieden gegen die Serben, gegen Nikola Jokic, den wahrscheinlich besten Spieler der Welt aktuell. Und das ist keine Schande. Das müssen wir wirklich festhalten. Ich weiß, wir haben nicht gut gespielt und wir kommen gleich da dazu. Aber ich will kurz festhalten, wir haben gegen ein serbisches Team verloren, was in der Konstellation hier höchstwahrscheinlich für die meisten Leute das zweitbeste Team der Welt ist hinter den USA. Wir haben letztes Jahr die Weltmeisterschaftsmedaille gewonnen, auch gegen Serbien. Da haben aber einige der wichtigsten Spieler hier gefehlt. Unter anderem Jokic, der dreifache NBA-MVP. Oder ich meine auch Mietic hat letztes Mal gefehlt. Dann hatten sie ein bisschen Verletzungspech noch im Finale. Deswegen an sich muss man schon sagen, dass dieses Team hier das zweitbeste Team dieses Jahr auf jeden Fall auf der Welt ist. Das bedeutet nicht, dass diese Mannschaft nicht auch gegen Serbien hätte gewinnen können und vor allem gegen Frankreich im Halbfinale. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Gehen wir mal ganz kurz rein in dieses Spiel. Das war ein sehr merkwürdiges Spiel. Nummer eins, weil es war um 11 Uhr morgens. Nummer zwei, beide Teams gehen da rein, Deutschland und Serbien. Und sind natürlich unglaublich abgefuckt, weil Serbien hat gegen USA 35 Minuten lang geführt und hat dann am Ende des Spiels noch verloren. Was wirklich bitter ist, je länger man darüber nachdenkt. Weil imagine, man hätte dieses Team USA geschlagen, wenn man Serbien ist. Und wir waren natürlich auch krass abgefuckt, weil wir haben gegen die Franzosen verloren, die wir in der Vorrunde und in der Vorbereitung schon geschlagen hatten. Und dann stellen die plötzlich ihr ganzes System um. Wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen und wir verlieren. Das heißt, beide Teams gehen da angepisst rein. Dann hast du dieses Spiel um 11 Uhr vormittags an einem Samstag. 11 Uhr vormittags ist ungefähr die schlimmste Zeit, Basketball zu spielen, weil das sind professionelle Spieler. Die sind nicht daran gewöhnt, so früh ihren Körper, ihre Mentalität, alles, ihre ganzen Routinen. Das ist nicht darauf ausgelegt, dass man um 11 Uhr vormittags auf Peak Performance ist. Und das hast du auch gemerkt. Dieses Spiel war sehr schleppend am Anfang und hat alles so ein bisschen gedauert. Jetzt gehen wir mal kurz rein. Wenn man sich das hier aber anguckt, sieht man eigentlich, dass wir ab dem ersten Viertel gar nicht mehr so schlecht waren. Wir haben das zweite Viertel gewonnen, das dritte mit einem Punkt verloren und das vierte auch nur mit einem Punkt verloren. Am Ende ist es ein Ten-Point-Game, womit uns die Serben hier schlagen. Und es war, wie gesagt, kein besonders gutes Spiel von uns. Wir müssen gleich am Anfang über ihn reden. Das war das schlechteste Spiel von Dennis, was ich die letzten paar Jahre gesehen habe. Und ich will das direkt festhalten, bevor das jetzt in irgendeiner Weise hier falsch interpretiert wird. Dennis hat von mir auf diesem Kanal in den letzten paar Monaten oder Jahren, ehrlich gesagt, alles, was die Nazio betrifft, hat er so viel Liebe von mir bekommen hier, weil er einfach auch wirklich gut gespielt hat. Und ich will das betonen, die letzten drei Jahre gehen auch sehr krass auf sein Konto, okay? Nicht nur von seiner herausragenden Spielweise auf diesem Fieberniveau, wo er einfach einer der besten Guards überhaupt ist oder Spieler insgesamt, wo der MVP bei der Weltmeisterschaft, sondern er ist auch ein unglaublich professioneller Leader von allem, was wir mitbekommen. Wie er sich nach außen zeigt, wurde Fahnenträger. Die ganze Art und Weise, wie er dieses Nationalmannschaftsthema behandelt hat die letzten drei Jahre, wirkt für mich unglaublich professionell und abgeklärt, routiniert. Und er ist wirklich eine sehr starke Führungspersönlichkeit in diesem Team. Zumindest wirkt es so nach außen, okay? Trotzdem muss man sagen, hier heute in diesem Spiel, das war sein schlechtestes Spiel mit Abstand. Er hat wirklich gesuckt, I'm sorry. Der Mann hat sich gucken lassen von Avramovic in der Defense. Seine Offensive war komplett uninspiriert. Teilweise aber auch lag es daran, dass die Serben einfach super stark verteidigt haben. Es gab dann die, die zweite Halbzeit hat begonnen, ja? Deutschland kassiert erstmal einen 10-0-Run. Daraufhin reagiert unser Headcoach Gordon Herbert, der heute sein letztes Game hatte, by the way, wird nicht mehr die Nationalmannschaft coachen, sondern coacht jetzt Bayern München. Schade, ehrlich gesagt, auch ihm danke für drei herausragende Jahre bei der Nazio. Auch ihm haben wir viel zu verdanken. Und er hat dann Dennis rausgenommen. Und es war die richtige Entscheidung. Letzte Woche, sorry, beim letzten Spiel gegen Griechenland, nee, gegen Frankreich, jetzt komme ich ein bisschen durcheinander. Letztes Spiel, Halbfinale gegen Frankreich, saß Dennis auch auf der Bank in der zweiten Halbzeit. Und da war mein Ton genau ein anderer. Da habe ich gesagt, ey, das macht absolut keinen Sinn. Dennis ist der Einzige, der uns gerade Offensive kreiert. Wir müssen Dennis wieder aufs Feld bringen. Das ist eine Fehlentscheidung, dass der gerade so lange auf der Bank sitzt. In diesem Spiel muss ich jetzt fairerweise sagen, es wäre besser gewesen, vielleicht wenn er noch länger gesessen hätte. Das war nicht sein Spiel. Er wirkte komplett checked out. Sein Mann hat die ganze Zeit gescored, hat ihn entweder überspielt, ist mit einem Crossover an ihm vorbei, ist ihm einfach davon gerannt. Das war keine gute defensive Leistung von Dennis, wirklich nicht. Und es tut mir leid, weil er ist normalerweise einer der besten Defender, den wir haben, vor allem auf seiner Position. Aber das war wirklich, wirklich schlecht. Trotzdem, er hat am Ende noch dann den ein oder anderen wichtigen Dreier getroffen. Er hat am Ende 13 Punkte, 6 Assist, 4 Rebounds, war 4 von 11, 3 von 6. Das ist jetzt nicht das Schlimmste, was du haben kannst. Er hatte halt 6 Turnover, die uns schon sehr wehgetan haben, ehrlich gesagt. Er hat gesagt, ich verstehe, dass man ihn trotzdem am Ende aufs Feld hat. Ja, das macht keinen Sinn, dein Kapitän und jemand, der drei Jahre oder länger so viel für die Nazio getan hat, dass man den dann bencht für das gesamte vierte Viertel. Das weiß ich auch, dass das Bullshit ist. Aber man muss schon sagen, dass es kein gutes Game von ihm war. Und dass vor allem seine Defense uns eine Menge, Menge Körbe kassiert hat, leider. Okay, gehen wir weiter über das Team. Franz, auch nicht wieder die beste Quote, 5 von 14, 0 von 4 von der Dreierlinie, hat eine Menge aber gescored von der Freiburg-Linie, hatte 18 Punkte, 9 Rebounds, 4 davon offensiv. Muss ich auch werden verloben, 4 Assists, 3 Steals. Er war endlich aggressiver. Im letzten Spiel habe ich noch gesagt, ey, das Problem ist, dass Dennis hier die ganze Zeit alleine die Offense führen muss. Und von Franz kommt nicht genug, hatte nur 10 Würfe genommen. Jetzt in diesem Spiel deutlich aggressiver, wie gesagt, 14 Würfe genommen, 9 Mal an der Freiburg-Linie gewesen. Und insgesamt, finde ich, war das ein deutlich besseres Spiel von Franz, auch wenn er natürlich trotzdem gerne noch ein bisschen besser treffen kann. Aber ich bleibe auch dabei und dann können wir auch kurz schnell über ihn reden. Auch hier die Körpersprache von dem Bild ist irgendwie so ein bisschen, wo ich sage, ey, wir müssen alle uns ein bisschen bremsen, was Franz' Erwartungen angeht. Der Junge ist immer noch 22. Der hat die letzten drei Jahre, wenn wir über Commitment reden, ja, der hat die letzten drei Jahre College gespielt, dann sich zum Draft angemeldet, dann Rookie-Season gespielt, danach Europameisterschaft im Sommer, dann die zweite Saison gespielt, dann Weltmeisterschaft im Sommer, dann die dritte Saison gespielt und jetzt Olympia. Der Junge hatte noch nie eine Offseason. Der weiß gar nicht, was das ist. Der muss sich endlich mal erholen können. Der muss endlich mal die Möglichkeit haben, runterzukommen und vor allem wirklich lange Zeit kein Basketball zu spielen, was dir normalerweise in dem jungen Alter vergönnt ist, weil du da noch nicht viel in den Playoffs zu suchen hast. Und jetzt sind sie mit den Magics schon deutlich weitergekommen, als jeder dachte, er spielt diese ganzen großen Turniere, hat da eine Menge, Menge Verantwortung. Und deswegen, ey, für Franz, also ich will ihn natürlich weiterhin bei der Nazio haben, ich will nur einfach so ein bisschen einräumen, lasst uns mal alle klarkommen, wenn wir Franz immer auf dem gleichen Level kritisieren, wie zum Beispiel Dennis. Dennis ist in seiner absoluten Prime und ist der Kapitän der Nazio und ist da seit zehn Jahren. Franz ist seit drei Jahren in der Nazio, kam gerade erst in die NBA so wirklich die letzten paar Jahre und ist noch ganz am Anfang seiner Karriere. Ich finde, da muss anders drauf geguckt werden. Okay, noch ein paar positive Sachen. Ich will die Bank loben. Bonga wissen wir sowieso, dass er immer gute Momente hat. Er hatte auch ein, zwei nicht so tolle Momente, aber seine zwei Dreier waren enorm wichtig. Wer aber für mich der Mann des Matches war, waren tatsächlich Johannes Thiemann und Moritz Wagner. JT, unfassbar, elf Punkte gemacht, sechs Rebounds, drei davon offensiv. Hatte einen Block, hatte einen Assist, war super stabil aus dem Feld und hat dieser Mannschaft einfach so viel gegeben. Er hat dann auch gestartet die zweite Halbzeit, war eigentlich kaum mehr vom Feld unten und ich finde, er hat einen herausragenden Job gemacht. Also JT, wirklich, wirklich Props. Und das Gleiche gilt für Mo, wo ich schon gesagt hatte, ey, der hat mir zu wenig gespielt im Frankreich-Game. Jetzt in diesem Spiel kam er natürlich auch wieder von der Bank, aber hat mehr Minuten gesehen, glaube ich. Hatte 16 Punkte, sieben von 14, zwei von sechs. Auch seine Dreier mega wichtig in dem Spiel. Hat ein paar daneben geworfen. Insgesamt Dreier ist das große Thema bei dem Game, weil ganz ehrlich, hätten wir die Dreier nicht so gut getroffen. Ja, bei 34 Versuchen, was ein sehr hohes Volumen ist. 38 Prozent ist krass, dass wir die getroffen haben, Gott sei Dank. Sonst wären wir aber ehrlich gesagt auch gar nicht in dem Spiel gewesen. Daniel Theiss hat irgendwie versucht zu überleben gegen Jokic. Es fiel ihm natürlich schwer. Hier, Andi hatte neun Punkte, Shoutout dafür. Drei von sechs ist völlig legitim. Und alle anderen, Waila Babb hatte noch ein ganz gutes Game. Wobei ich bei Waila Babb immer so, ja, jetzt hat er sechs Assists, okay. Also im letzten Spiel war ich sehr kritisch, was seine Point Guard-Fähigkeiten angeht. Aber okay. Letzte Sache noch ganz kurz zu den Serben. Nochmal, die Serben haben meiner Meinung nach komplett verdient gewonnen, waren die bessere Mannschaft. Wir hätten sie schlagen können. Wir sind auf dem Niveau, aber wir haben es heute halt nicht gehabt. Und zu den Serben dann ganz kurz, muss man auf jeden Fall einmal erwähnen, Jokic, nicht besonders aufgefallen in der Offensive. 19 Punkte, 11 Rebounds, 11 Assists, drei davon offensiv. 7 von 15, 1 von 2, 4 von 4. Der Mann ist ein Basketball-Gott. Was soll ich euch sagen? Das Gleiche gilt für Bogdanovic, der einfach locked in as fuck ist seit diesem USA-Game. Hatte auch ein überragendes Spiel. Abramovic für mich so ein bisschen der X-Faktor und der heimliche Game-Winner wahrscheinlich. Und dann noch von der Bank Mietzic, wo es so ein bisschen gespalten ist, weil auf der einen Seite Mietzic hatte 19 Punkte gutes Shooting, aber hat auch ein paar wilde, wilde Entscheidungen getroffen und ein paar wilde Würfe genommen, die nicht hätten sein müssen. Und ihn zum Beispiel hat Bonga wirklich sehr stark verteidigt. Also Shoutout nochmal an Izzi. Und letzte Sache, es ist keine Schande gegen Serbien zu verlieren, wenn die Damni ein perfektes Spiel machen. Die haben 50-40-90 geschossen bei 24 Dreierversuchen. Die hatten Triple-Double von Jokic. Die hatten überragende Spiele von Bogdanovic und Abramovic. Ey, irgendwo ist es dann verständlich, wenn du halt gegen das zweitbeste Team der Welt verlierst, wenn die auch alle Top-Performances haben. Das will ich einfach nur dazu nochmal sagen. Ja, ey, again, es tut mir jetzt alleine schon leid, dass ich irgendwie so ein paar kritische Worte hatte gegenüber dem deutschen Team. Wir haben wirklich ein paar sehr blöde Fehler gemacht, muss man sagen. Die Refs waren eine Katastrophe. Ich finde auf beiden Seiten, natürlich von der deutschen Brille aus würde ich sagen, ey, gegen uns wurde noch beschissener gepfiffen als gegen die Serben. Aber die waren ehrlich gesagt, sorry, die waren ehrlich gesagt auf beiden Seiten ziemlich schlecht. Und ich will einfach dieser Mannschaft gerade gerecht werden, weil ich komme aus einer Zeit, da war die deutsche Nationalmannschaft nicht gut. Als ich ein Kind war, da hatten wir noch Dirk und da haben wir auch ein paar Sachen gewonnen. Und das war aber halt immer Dirk gegen den Rest der Welt. Und hoffentlich trifft er auch irgendwie ein anderer Mann in Bucket. So no disrespect. Viele von diesen Nationalspielern von damals sind coole Leute heute. Ich habe ein paar schon getroffen. Die sind alle super cool, aber vom Niveau her war das halt nicht vergleichbar mit dem, was wir heute haben. Dann hatten wir diese ganz düstere Phase, wo Dirk dann fertig war mit der Nazio. Und diese Generation, die wir jetzt heute sehen, halt noch nicht da war. Da hatten wir sehr, sehr schlechte Platzierungen überall. Und jetzt ist eben diese Mannschaft hier, die in den letzten drei Jahren so viel für den deutschen Basketball getan hat. Deswegen, ey, ich will da einfach Props geben. Und ich will nicht, dass das jetzt in einem zu negativen Schlusslicht endet. Und ich will auch nochmal betonen, auch wenn ich gerade kritisch war gegenüber seiner Performance heute. Abgesehen davon hat Dennis eigentlich über diese drei Jahre für die Nazio so gut gespielt wie kaum ein anderer Spieler für irgendeine andere Nationalmannschaft. Das will ich auch nochmal betonen. Okay, Freunde. Ey, heute um 21.30 Uhr dann USA gegen Wemby, beziehungsweise gegen Frankreich. Morgen dann die Damen USA gegen die Damen Frankreich. Also gibt es auf jeden Fall noch einiges Geiles an Basketball. Ich versuche jetzt irgendwie, diesen Schmerz zu überwinden, davon zurückzukommen. Morgen gibt es dann das Video zu USA gegen Frankreich. Und ja, dann ist erstmal ein bisschen Pause. Mal gucken, ehrlich gesagt. Ich habe noch ein, zwei Videoideen, die ich vielleicht noch mache. Und dann, ja, update ich euch, wie es dann weitergeht. Aber jetzt ist dann danach echt erstmal so ein bisschen in Richtung Sommerpause. Okay, Freunde. Das war es von mir. Lass den Kopf nicht hängen. Wie gesagt, deutscher Basketball rasiert gerade so krass. Wir sind 3x3 Damen. Olympia Gold haben. Wir haben da. Unsere 3x3 Damen haben Olympia Gold geholt. Unsere U18-Jungs sind gerade Europameister geworden. Wir haben wirklich, wirklich sehr viel Talent in der Jugend. Ich war ja jetzt beim Albert-Schweizer-Turnier. Ich war bei den DBB-Sichtungen in Heidelberg. Ich habe da viel mehr angeguckt. Und da ist so viel Talent, ehrlich gesagt. Und wir haben auch immer noch eine Menge Talent und eine Menge guter Spieler in der Nazio, die auch die nächsten paar Jahre noch für uns spielen. Also ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen um die Zukunft. Lasst uns diese Welle weiter reiten. Wie gesagt, teilt es euren Freunden mit. Teilt es euren Familien mit. Schickt denen die Streams, schickt denen die Highlights. Sagt, ey, guck mal da, Basketball ist richtig geil. Und dann wächst das auch. Und dann müssen wir nicht immer uns klein machen und rumheulen. Und warum wächst der Basketball nicht? Nee, die Hip-Hop-Attitude, mit der wahrscheinlich die meisten von uns aufgewachsen sind, ist doch einfach, ey, die wollen uns nicht. Dann scheiß drauf. Dann machen wir unser eigenes Ding. Und das sollte eigentlich der Anspruch sein. Und durch sowas ist dieser Kanal hier entstanden. Durch sowas entstehen gerade überall kleine Kanäle. Und die wachsen und machen Vlogs und dies und das. Der Basketball wächst gerade in diesem Land. Und da müssen wir nicht immer uns klein machen, sondern lasst uns sehr groß machen und representen. Und vor allem zeigen, dass die zwölf hier wirklich abgerissen haben für uns die letzten paar Jahre. Okay, Freunde, damit bin ich jetzt raus. Tausend Dank euch fürs Zuschauen. Und morgen gibt es USA gegen Frankreich. Haut rein. Peace. Peace. Peace.